also ich spiele es ja seit fast drei jahren paintball und ich kann ihnen sagen das ist die coolste fansport art die man im team bestreiten kann ja das besondere ist wirklich die teamfähigkeit und man trifft immer neue leute das kann ich nur bestätigen erst gestern habe ich zwei die beim breakout geschossen und man kommt weit rum ja wir haben schon einige kilometer auf der autobahn zurückgelegt es hat sich aber immer gelohnt oh ja das hat es paintball spaß pur oder nein gleich weiß ich nicht gleich jetzt es wird schon bitte gesagt warte mal was kostet eine maske noch mal paintball ich spiele schon seit drei jahren paintball und ich kann ihnen sagen das ist der coolste fans sport den man mit einem team bestreiten kann ja das besondere ist wirklich die teamfähigkeit und man trifft immer wieder neue leute das kann ich nur bestätigen gerade gestern habe ich zwei g's beim breakout geschossen und man kommt weit rum ja wir haben schon einige kilometer auf der autobahn zurückgelegt aber es hat sich immer gelohnt oh ja das kann ich wirklich bestätigen paintball spaß pur auch